Und damit herzlich willkommen zu einem neuen LP auf diesem Channel. Wir spielen Stagers, die Demo-Version. Ja, und man sieht bereits, es ist ein wenig gruselig. Man sieht eine Kirche und ich bin da nicht so ganz drin. Ähm, das Spiel ist eine Demo-Version, das heißt, es gibt vorerst nur Englisch. Ist aber, glaube ich, kein Problem. Wir starten jetzt einfach mal. Ich bin gerade in den Settings drin gewesen, um die Lautstärke und sowas anzupassen. Ja, man hört schon die Musik, das ist nicht so ganz. So, wir starten einfach mal. Oh, Demo-Version, äh, was nehmen wir denn mal? Easy, Medium, Hard oder Weg? Äh, ich würde sagen, ne Medium. Komm, nimm mal Medium. Hm. Okay, das ist ein Ladebildschirm. Ein Ladebildschirm. Ich glaube, er hat jetzt aufgehört zu laden. Ja, und dann sind wir auch schon in dem Spiel drin. Wir sind jetzt hier irgendwo, eben nirgendwo. Bewegen tut man sich mit W, A, S, D. Mit den Pfeiltasten kann man sich auch bewegen. Und wir können hier irgendwas ein. Tickets, Crash and Card Payments, okay. Das heißt, man kann hier bezahlen. Und irgendwie sieht das Ganze nicht so ganz deutlich aus. Das hat... Okay, ich dachte, da wäre irgendwas passiert. Okay, wir sind hier in einer U-Bahn-Station. Wir können hier, glaube ich, nichts machen. Ich gucke mich erst mal um. Mal gucken, was wir hier so haben. Schönes. Oh, hier haben wir cool Cola. Mit Fun. Ja, können wir uns mal schon eine schöne Cola gönnen. Und hier ein paar Abba-Snacks. Ist ja auch nicht gruselig oder so. Oh, wir sind auch alleine. Also hier ist keiner. Und man kann hier nicht durch. Das heißt, hier ist irgendeine Border. Ich gehe mal die rechte Treppe. Ich weiß nicht warum. Und es hakt ein wenig. Das Spiel wurde von Unity erstellt. So, jetzt haben wir wieder hier die ganzen, ne? Tickets, Crash and Payments, Card Payments. Müssen wir... Oh. Ach, das ist, ähm... Da oben ist irgendwas mit dem Auge. Müssen wir irgendwas machen hier? Wir sehen irgendwas schlechter. Wieso ist das denn so? Wieso sieht man denn dann auf Dauer schlecht? Müssen wir etwas einsammeln oder sowas? Vielleicht? In die Mülltonne krabbeln. Das würde ich nämlich ganz gerne jetzt tun. Hier war ein Müllsack. Also man sieht, es ist eine verlassene Stadt. Hier sind wir, glaube ich, hochgekommen gerade. Nee, wir sind da hinten hochgekommen. Ich gehe mal hier runter. Ich glaube, das ist das Gleiche, nur in Grün. Ja, es ist das Gleiche, wie vorhin. Wir können hier nichts machen. Ich gehe mal ganz kurz eben in die Controls. Äh, Blink, X, W, A, S, D. Mit Action können wir E. Attack mit Maus, Left Click. Okay, Flashlight. Wir haben also eine Flashlight mit F. Oh, da haben wir eine Flashlight. Die sieht ein bisschen so aus wie die von Slender. Fällt mir gerade ein. Die sieht nämlich irgendwie so ähnlich aus. So, mit Dingens, mit Left Click können wir angreifen. Und was war jetzt mit X? Oh, mit X, äh. Ach, mit X können wir das, äh, die, das Sehvermögen, glaube ich, irgendwie nochmal aufbessern. Das heißt, irgendwie ist unser Sehvermögen, ne, nicht so ganz gut. Irgendwas stimmt also mit unserem Auge wahrscheinlich nicht. Und mit E können wir eine Aktion ausführen, okay. Der Boden ist, glaube ich, nass. Also es hat auch geregnet, aber es scheint weiter in die Sonne. Der ist auch mal geil mit dem Licht gemacht. So, ich mache mal ganz kurz den hier. Sonst sehen wir nämlich hier nichts. Hier können wir nichts. Können wir hier irgendwas machen? Da ist irgendwas. Ich weiß nicht, ob das extra gemacht ist. Hier parken Busse. Können wir mal rein. Bussimulator. Wir können hier nichts machen. Man hört auch irgendwie nichts. Kein Ton, nichts. Wir können hier irgendwie nichts machen. springen können wir nicht. Ich gehe mal hier raus. Wenn wir hier raus können, gehe ich natürlich hier raus. Und ich gucke mich mal um. Haben wir ernsthaft keine Musik? Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich weiß nicht warum. Ich kann übrigens auch nicht im Vollbild-Modus spielen, weil hier ist keiner. Hier weht Wind, aber hier ist keine Musik. Vielleicht sollte ich die später nochmal einfügen. Weil sonst ist das nämlich, glaube ich, ein bisschen zu scheiße, ohne Musik durch irgendeine Stadt zu wandern. Ist da hinten was? Da hinten ist, glaube ich, irgendwas. Das sieht aus wie ein Altar. Auf jeden Fall ist alles geöffnet hier. Aber hier ist nichts und niemand. Das hat schon irgendwie seine Gründe. Es weht ein Wind. Da kommt von da, glaube ich. Ich muss mal wieder irgendwas sehen. Hm. Scheiße. New Object. Exploded Church. Okay, wir sollen also die, äh, die, die, die Kirche, äh, erkunden. Alter, gleich gehen die Türen hier zu. Ich seh's jetzt schon. Hm. Ich mag keine Kirchen. Nein. Das sieht irgendwie nicht so ganz vertraut aus. Gut, es ist hell. Das war auch die Kirche, die also zu sehen war. Also ich glaube, hier fängt das jetzt erst an. Äh, denn das war nämlich die Kirche, die auch auf dem Haupt-Video-Bild-Banner, was? Banner. Auch immer eben zu sehen war. Nee. Heiliger Gott, seist du gedacht. Nein. Ähm. Ich geh mal wieder hier rein. Was? Oh, hier geht's, glaube ich, nach oben zum Turm, also zum Kirchturm. Hier ist die Hostie drin. Ich seh wieder gar nichts. Und wir sollen jetzt die Kirche erkundigen. Ähm. Ich geh mal nach oben zum Turm. Vielleicht fängt's da erst an. Wir können hier, glaube ich, nichts tun. Hier hinter ist nichts, ne? Nicht, dass hier recht irgendwas ist. Kann man die Tür noch schließen? Nein. Hier hinter. Okay, hier ist nichts. Hier gehen nur die Treppen runter. Ähm. Ich, äh, mach mal ganz kurz den hier. So. Ich hab gleich das Gefühl, irgendjemand kommt hier gleich entgegen. Es ruckelt ein bisschen, das seh ich. Ähm. Gut, das sind natürlich mega, eine Menge grafische Elemente, die hier jetzt hinzukommen. Aber ich glaube, das, äh, hält man aus. Alter, wie hoch sind wir denn hier? Okay, hier kann man jetzt runterfallen. Und hier sind wir. Oh, 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 oh. Nein. Äh, ich seh wieder nichts. Moment. Ach, okay. Wir haben einen schönen Ausblick. Auf einen Motor. Das ist natürlich richtig toll. Ich glaub, das können wir nehmen. Da stand grad irgendwas. Ach, du Scheiße. Ich glaub, wir haben neue Soundeffekte, oder nicht, ey? Wir haben keine einzigen Soundeffekte. Scheiße, was ist passiert? Nein, was ist passiert? Scheiße, was passiert hier? Okay, wir sind also jetzt scheinbar im Dunkeln. Ich guck mal ganz kurz das Ding. Was ist das jetzt? You have not. Okay, ich brauch also, ich muss also den Generator anschalten, um wieder Tageslicht, äh, herzustellen. Äh, es ist jetzt nachts und ich glaub, es geht erst richtig los jetzt. Mit dem Ding können wir quasi schlagen. Äh, ich hab ne Flashlight, die mach ich mal an. Ich glaub, es geht jetzt erst los. Was passiert? Achso. Ähm. Hier war auch noch was, ne? Ach, hier geht's noch weiter hoch. Ah, nee, hier geht's runter. Gut, hier gehen wir mal runter. Alter, ich seh's jetzt schon, ey. Hier ist gleich irgendwas um die Ecke gekommen, ne? Ich, äh, ja. Ich renn einfach mal die Treppen runter, weil ich weiß. Find eight Gast tanks to... Okay, ich muss also acht Gast tanks finden. Äh! 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 Nein! Press Tab to see stats. Äh! Äh! Alter! Äh! 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 Okay, ich hab mich erschrocken. Press left click to attack. Ja, das hatten wir doch schon. So. Run all the generators to open the gates. Dirt to open the bill. Oh, wir haben Mondfenster. Äh, Sonnenfenster. Äh, da darf man aber eigentlich nicht reingucken, weil sonst wären wir blind. Wie zum Beispiel jetzt. Okay. Wir müssen jetzt also die scheiß Gast tanks finden, alter. So. Das wird ein Spaß. So. Ähm. Alter. Okay, ich hör jetzt auf. So. Ähm, ich muss mal X drücken. Das ist ein bisschen scheißer als unser Seeding ist hier ständig. Ähm. Ähm. Nein! Oh, hier ist Musik. Loading. Nein! Okay, wo sind wir jetzt? Ich seh hier nichts. Press left click to attack. Okay, wir hätten also tatsächlich angreifen sollen. Wir müssen die bescheuerten Gastanke finden. Ich war... Ähm! Ähm! Ich dachte, da wär wieder was. Okay, sorry, sorry. Sorry, sorry. Okay, da unten war jetzt gerade jemand. Ähm. Da ist auch wieder jemand. Da ist wieder jemand. So. Alter. Ich hab grad jemanden gehört. Ähm. Ich hör so wenig. Okay, wir haben doch Ton. Man hört ja nichts. Moment, ich muss mal ganz kurz ins Menü. Moment. Ich muss nämlich ganz kurz eben was anpassen. Man hat nämlich grad nichts gehört, ne? Hey. Hey. Mach doch mal. Hä? Das sind drei. Nein. Nicht schon wieder. Auch nicht schon wieder, Alter. Ist das zu laut? Wenn das zu laut ist, müsst ihr Bescheid sagen. Okay. Press left. Äh. Sieg zu Attack haben. War auch schon. Ich kriege mal die Flashlight wieder. Find at Gaze. Kennst du? Okay, das kann ich natürlich jetzt... Ich weiß ja nicht, wo ich suchen soll. Ich glaub, wir müssen oben auf... Ist hier jemand? Nee, ne. Ich hab grad was gehört. Okay, da ist wieder jemand. Nicht hingucken, glaub ich. Hä? Was hab ich denn gemacht? Okay, wir gehen hier nicht mehr hin. Ich glaub, wir müssen in die Kirche rein. Alter, ich hab das Gefühl, es wird immer schlimmer. Okay, ich glaube, wir dürfen nicht die, äh... Das Sehvermögen verlieren. Oh, das ist wieder so ne Frau, Alter. Ich mach mal den hier. Hm! Hä? Wart doch kaputt. Oh, Alter. Alter. So. Da ist was gewesen gerade. Äh, hier haben wir, glaub ich, keine... Acht Gastänke. Hier auch nicht. Zufällig irgendwo. Wo kann ich denn Gastanks finden? Ach, im Park. Ich hab grad was gehört. Ich hab grad irgendwas gehört. Ich geh mich am besten erst gar nicht mehr um. Okay, wir müssen also acht Gastänke finden, um den bescheuerten Generator endlich in Gang zu setzen. Alter, ich hätte die Facecam anmachen sollen. Ich hätte sie anmachen sollen. Ich weiß nicht, ob das was damit zu... Okay, da sind Leute hinter uns. Ich geh mal weg hier. Ähm, ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, dass wir, ähm... Die Männer, glaub ich, nicht attackieren dürfen. Nicht schon wieder! Hä? Was machen wir denn falsch? Ja... Okay. Mann. Alter, jetzt kann man schon wieder von vorne anfangen. Flashlight. Ich glaub, wir müssen die töten. Weil ich glaub, wir haben keine andere Wahl. Ich kann noch nicht mal springen. Ich kann nichts... Scheiße. Ich mach das mal hier ganz kurz. Oder wir dürfen die nicht angucken. Hä, was ist denn jetzt passiert? Oder wir dürfen die nicht angucken. Das kann genauso gut sein. Nee, hier geh ich nicht hin! Okay, hier könnten vielleicht welche sein. Hä, was ist denn hier? Ich glaub, hier sind welche. Ich mach das jetzt extra. Ähm... Ist das ein Gastank? Nicht, ist ne Mülltonne, ne? Hier ist jemand gleich. Ich weiß es jetzt schon. Ich mach mal den hier. Alter, willst du mich bitte schön verarschen, Junge? Alter! Was mach ich denn falsch? Was mach ich denn machen? Ich glaub, wir müssen die einfach nur töten, hab ich das Gefühl. Scheiße. Okay. Ich, ähm... Geh jetzt einfach mal wieder hier lang. Hier lang. Einfach mal. Find AIDS Gatecance. Da haben wir schon tausendmal gelesen. Run all the generators to open the gates. Ja, ich weiß ja noch nicht einmal... Da ist jemand. Nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Ich guck wieder so kräftige Musik. Da ist jemand! Müssen wir die eigentlich... Müssen die, glaub ich, umbringen? Äh, wir sind die Taschenlampe schwächer. Da ist jemand hinter mir. Ich hab's. Ich wollt mich gerade umdrehen, Junge. Hä, was machen wir denn falsch? Hätten wir die Frau nicht töten sollen? Amen. schon.